Aber ich bin nicht wahnsinnig gern allein. Ich bin ein Widerspruch. Klar, ja. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich irre bin. Und ich habe Ihnen auch gesagt, dass ich irre bin. Wow, 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 wow. Im Irrsein kriegen Sie mich nicht. Mein Irrsinn stopft Ihren Irrsinn in eine Metallröhre, füllt sie mit Ratten und hält einen Schweißbrenner drunter, bis die Ratten flüchten und sich durch Ihren Irrsinn fressen. Wow. Sie haben keine Vorstellung von der Lawine an Irrsinn, die ich gleich lostrete. Sie wissen nicht, was ich Ihnen gleich antue. Sie wissen nicht, was ich Ihnen gleich antue. Ich drehe mich im Kreis, bis ich Sie und Ihre Freunde vollkotze. Ich mag von nichts rein. Ich tauche Ihr Gesicht in Honig und zwinge Sie, Gospelieder zu singen. Das dreht Ihnen die Zähne hoch. Was? Ich krieche in Sie rein und lege Eier wie eine Babyspinne. Seien Sie mein Gast. Ich habe verschiedenfarbige Augen. Damit bin ich abgehärtet fürs Leben. Ich bringe eine Akustikgitarre zum Kürbiskampf mit, weil ich so erzogen worden bin. Okay, das Letzte habe ich nicht verstanden. Ja, so irrsinnig bin ich. Geben Sie mir meine Tochter zurück. Geben Sie mir mein Bild. Geben Sie mir mein Bild. Untertitelung des ZDF, 2020